Ohne Corona wäre das nicht passiert. Wir alle, Sie, aber auch wir im Rathaus waren Pandemieanfänger. Ja, dann mache ich diese Bewegung, also ich mache schon so diese Bewegung, da folgen sie mir. Und dann ziehe ich die Maske auf und laufe runter. Soll ich dann auch gleich mal rauslaufen? Und dann... Okay. Okay. Mensch, ich brauche noch ein Garderobe und ein Maskebild. Hab ich noch gepudert? Okay. 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 Moment. So, jetzt ein Glühwein vom Weihnachtsmarkt. Das wäre was. Okay. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr. Bleiben Sie gesund. Soll man dann mit dem Grad rüber gehen, mit dem Flipchart? Auch wenn der Bund die Gewerbesteuerausfälle für 2020 kompensiert, können wir angesichts der aktuellen Finanzlage im nächsten Jahr nur eine Planungsrate bereitstellen. Nein, Sie haben eins zu viel. Mama! Ja, da steht die aber vor meiner Nase, dann brauchen wir nicht mehr Filme. Dann ist das gut, aber... Okay, kommen wir da rüber oder nachher. Im nächsten Jahr nur eine Planungsrate bereitstellen. Dann werden wir bei einem Schottlundack. Ich weiß nicht, wie ich denn auf dem Glühwein�� das Pilzentrum fangt. Okay. あの Spiegel-M Nano. Also, die sind die Flüge für die Flüge für die Flüge. Jetzt mal alle von Schottlundack. Es war einer dieser Abende, an denen ich besonders gerne Oberbürgermeister unserer Stadt bin. Nochmal. War, bin es auch, aber... Da war von vorne. Da lohnt es sich noch, von vorne anzufangen. Ich freue mich auf Sie. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr, bleiben Sie gesund und alles Gute. Cut.